Hey, ihr Tintenfischfreunde da draußen und herzlich willkommen zu Minecraft Trialcharm zusammen mit... Manuel? Hallo Manu! Was denn heute dein Name? Min... FreakPro4 Ich bin Jona. Du bist der Papier? Ne, ich bin Jona. Oh, das ist ein Regentier, oder? Oder wo bin ich hier grad? Ne, das ist ein Osterhase. Ups. Du guckst dir die an? Lol. Ja, ich finde, die sind hier richtig schön gebaut, das ist einer der Hauptgründe warum ich den Spielmogelus mag. Achso. Ist hier hübsch? Oh nein, ich bin runtergefallen. Ist hier hübsch, hier bin ich gerne. Joa. Hast du denn jemals jetzt das Klumpi-Herr-Bergmann-Ding gesehen? Nein. Nein, immer noch nicht, Manu. Ja, wann denn mal? Vielleicht gibt's das gar nicht, vielleicht hat sich Herr Bergmann geschämt für euer gebautes. Ja, mittlerweile geh ich davon aus. Und hat's nie reingemacht. Oder sie haben's einfach vergessen, Manu. Das bestimmt nichts gegen dich. Wir haben das einfach nur vergessen. Alles klar. Könnt ihr die mal zuspammen, bitte? Ich hab das noch nie gesehen. In 40 Runden oder so. Wann sollen die dann zuspammen? Herr Bergmann? Ne, ne, das Team, bitte. Achso, Bergberglabs. Ihr mögt Spam, oder? Ja, ja, genau. Ich mag Spam tatsächlich nicht. Was? Äh, äh. Also, ich hab grade das Modul hier so hart verkackt. Okay. Also, hab ich eine Chance. Du hast eine Chance. Naja, wir sind ja eigentlich in einem Team. Also... Naja, aber das, ähm, Match zwischen uns beiden ist doch immer unfeier. Oh, du bist ja nicht... Hä, du bist du Platz 1? Ja, ja. Ne, 2. Ja, eben. Ich wollt grad sagen, was ist denn da los, Manu? Ja, das ist richtig unfeier. Ja, ich hab doch gesagt. Das ist immer richtig knapp. Mann. Also, in letzter Zeit sind echt wenige neue Module gekommen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß... Der Bergberglabs-Server hatte ja zwischendrin eh so eine Diskussion. Vielleicht haben die alle nicht so viel Zeit gehabt. Ich hab keine Ahnung. Ich? Ich dachte, das wär deren Job. Ja. Ahnung. Ich hab hier auch noch auf meinen zweiten Monitor ein paar Fragen geholfen. Ich hab das nicht. Auf Ask.fm. Ja. Also, ich hab gedacht, ich will auch mal mit dir Fragen beantworten. Sonst mach ich das immer nur mit Zombie und Wintercracker. Ja, hab ich gehört. Aber, ich hab gedacht, da bist du bestimmt richtig neidisch. Schau mal, wenn du das hörst. Was denn? Boah, ich würd auch gern mit Maudado Fragen beantworten. Ja. Ja, ja. Die Frage mit dem Lieblingsgewürz, hab ich gehört. Oh, würdest du die beantworten? World Part. Ähm, Zombie hat genau das gesagt, an was ich auch gedacht hatte. Das ist das beste Gewürz aller Zeiten. Da kann mir sonst wer... Das ist doch ne Gewürzmischung. Ja, 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 aber... Ja, dann, wenn du danach geht Salz. Dann würde ich Salz. Dann würdest du Salz nehmen. Ja. Ja, Salz braucht man halt für alles. Ja, genau. Ja. Ja, ansonsten hab ich hier... Ja, was hast du denn für ne Frage an mich? Warte, warte, warte. Hier ist ne richtig gute. Wärst du lieber Alten oder Krankenpfleger? Manu. Wenn du aussuchen müsstest. Oh. Oh. Weil die Sache ist... krank. Ich weiß nicht irgendwie... Die können alles haben. Ja, richtig. Die können halt alles haben. Und bei Alten, weißt du, wenn du wirklich immer auf die aufpasst, die können ja nicht wirklich was. Weißt du? Ach so. Hä? Hast du Angst verprügelt zu werden oder was? Ne, ich mein, weißt du, dann hast du die. Dann musst du immer so überlegen, yo, geh ich mit denen heute spazieren. Du hast alte Menschen? Ne, aber die können... Die, die... Weiß ich nicht. Weißt du, die wärmen sich ja nicht wirklich. Kannst du sagen, yo, wollen sie heute spazieren gehen. Weißt du, tut man das. Aber krank. Weißt du? Hat die keine Zähne drin, kann gar nicht reden. Obwohl, kranker liegen wahrscheinlich halt die ganze Zeit nur im Bett. Ne, ich hab nix gegen alte Menschen. Na, ich würd aber dann eher... Ich denk, alte Menschen sind potenziell einfacher, weil die sind ja nicht mehr so... Ja, da musst du immer die Keile wegmachen. Ach so. Hm. Aber da muss man bei kranken, je nachdem auch. Naja, aber eher seltener, oder? Ja, stimmt schon. Findest du an ein Krankenhaus? Ja, okay, da hast du aber wahrscheinlich dann... Ich glaub dann... Ach, ich... Obwohl. Krankenpfleger hast du halt dann mehrere, bist du im Krankenhaus wahrscheinlich und gehst von Raum zu Raum. Ja, jetzt ist mir gerade... Aber wenn du so eine richtig gemeine alte Person hast, weißt du? Ja, es gibt auch junge ekelhafte Personen, die dich dann direkt noch verprügeln. Aber bei alten Pfleger verbringst du ja viel mehr Zeit mit den einzelnen Personen. Ach so, je, ja. Bei Krankenpfleger wechselst du mehr so hin und her. Ja, ja. Ja, oder es gibt auch Leute, die haben ne dauerhafte Erkrankung. Das gibt's ja auch. Und dann bist du einfach der Pfleger für immer. Ach, man muss ja kaufen, ne? Ja, ja, ich hab's auch grad kurz vergessen. Ich bin... Ich mach direkt das Jump Run, lol. Guck mal, wie viel Money ich noch hab. Ich war der Einzige, der es beendet hat. Also... Olo, was würdest du wählen? Ja, ich dachte gerade erst daran, dass ja bei alten Menschen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die todbringende Krankheiten haben und auch allgemein, weil sie mit Krebs und was weiß ich was... Ja, aber Krebs ist ja nicht ansteckend. Doch. Doch, klar. Gelernt. Äh, wo bist du? Aber dasselbe geht ja auch für die Jungen. Die können ja auch sonst was haben. Alter! Hä, war das jetzt ein Team? Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Der auf den anderen, der ist fast tot, den Christa. Ja, den hab ich. Ah, ich hab den anderen auch, easy. Okay, der war auch fast tot. Okay, das war jetzt aber grad... Hä, der ist wieder hinter uns! Manu! Ja! Nein! Ich bin lowlife! Oh Gott, da kommt noch einer. Nein! Was ist denn hier für eine Party? Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh Gott, oh Gott, wo bist du? Oh nein, wir haben uns getrennt. Nee, 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 ich bin hinter dir. Ich bin quasi hinter der Gruppe. Aber da ist jetzt jemand, der mit gutem Equip, deswegen renne ich da weg. Nee, nee, kill den, kill... Nein, nicht auf mich! Oh Gott, oh Gott. Ja, hier, die Typen wollen mich. Ja, ja, ich bin grad wieder low. Hab ich noch mal? Das ist das Problem. Oh, okay. Also, ich will grad ein bisschen passiv bleiben. Ich nicht. Und ich mach dem einen, den, den, den Fuchs mache ich richtig Angst mit meinem Bogen. Oh Mist. Hä, was? LOL! Der hatte nur noch... Hast du das gesehen? Der ist gerade gestorben. Der Fuchs hatte richtig wenig. Keine Ahnung. Der Orange. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich bin hinter dir. Ja, den hab ich davor. Oh, oh. Ja, ist egal. Oh Gott, der eine tötet mich. Oh Gott, der eine tötet mich. Nein, 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 nein. Oder ist doch einer mit dran. Oh Gott, da kommt noch einer. Ich krieg gar nix gepacken, Manu. Ich rette dich. Es ist alles schlimm. Die kommen hier von allen Seiten. Es ist alles scheiße. Oh Gott! Hilfe! Der eine ist fast tot. So, ich hab den einen. Ich bin tot. Du hast einen Abstauber, ey. Oh, nice. Ich hab seine Items. Oh Gott. Komm zu mir. Oh Gott, Manu. Ich bin hier gerade in der Predulie. Ja, warte. Renner einfach. Ich werde von beiden Seiten ange... Oh, bitte. Ich hab ein Herz. Ich hab ein Herz. Du musst ihn weg von mir halten. Ich bin safe. Er ist tot. Er ist tot. Oh Gott. Is komplett Game over. Ohohohohohoof! Pass auf, hier nimm. Ach, wir sind nur noch zusweit! Oh. Sogar won't in! Ja? Ich hatte nur noch mehr! Ja, jaa. Das hätte ich mal lieber nicht erwähnt. Ich hab gedacht, du wokst so schon und bist nett. Ne. Natürlich bin ich nicht nett. Also erstmal, zu Rundenbeginnen. Ich wähle die Alten. Weil die kann man verprügeln. Das mit den Fäkalien hat mich abgeschreckt Aber das gibt es ja auch bei den Krankenpflegern Nee, aber das ist sau Also das ist dann schon echt selten im Vergleich zu den Alten Schätze ich Ich glaube ich würde auch die Alten nehmen Ich weiß nämlich Krankenpfleger Ich glaube beides Beides sind glaube ich echt harte Jobs Du musst dafür gemacht sein Das ist ganz wichtig Also ich muss sagen Also ich finde es gut Dass es Leute gibt die das machen Aber ich glaube ich würde das persönlich nicht machen Also ja Ich glaube das würde ich nicht durchziehen Was hast du noch für eine Frage? Ähm Ich muss sagen das war echt eine schwere Frage Ja hast du mal eine einfache? Eine einfache Warte ich schiele rüber Manu bist du gerade verliebt? Ja in dich Oh ich auch Was ist In dich selber Nein in dich Doch keine einfache Frage Naja ist aber keine Frage Die man einfach so stellt Und die man ernst beantwortet Ja vor allem in einem Video Also was ist das denn? Ne ist halt einfach Was soll das denn? Oh maß Okay Und äh Hast du mal vielleicht eine die auch gut ist? Ja aber Manu kannst du Inliner Skateboard oder irgendwas in der Art fahren? Hast du das schon mal gemacht? Bist du ein cooler Boy? Na es gab mal ne Zeit Vor 15 Jahren Na 13 Jahren oder so Genau genau Ne ne da Haben wir uns gegenseitig voll gehypt In der Schule Irgendwie haben die die ganze Zeit darüber geredet Über Skateboards und so Und da musst du mir die ganze Zeit vorstellen Wie cool das ist so einfach Damit dann den Berg runter zu fahren Und Ich hab dabei verdrängt Dass ich ziemlich Ungeschickt bin Was es angeht Und dann äh Ja war ich auch nochmal drauf Kurz Allerdings jetzt nicht bergab oder so Sondern Geradeaus Und hab gemerkt Okay Ja War wohl nichts War wohl nichts Also ist nichts für mich Ne Inliner Inliner ja Ja klar Bin ich gefahren Skateboard Weiß ich Fand man mal cool Wir hatten dann auch eins Ich glaube auch ein recht billiges Das ist nichts teures Aber Wie fährt man damit? Wie fährt man damit? Wie geht das? Wie soll man auf diesem Brett stehen? Und dann haben wir es irgendwie Ja ja genau Genau das war mich auch heute noch Wie steht man denn auf diesem Brett? Ohne ganze Zeit hinzufallen Und sich wehzutun Ja genau Das war Das war das Problem An der ganzen Sache Aber Inliner bin ich auch gerne gefahren Genau wie Wie Eis Laufen Da musst du mich aber erst immer dran gewöhnen Alter Wieder ein Zerkackt Alles Klar Ja Und du Nächste Frage Nächste Frage Was eigentlich eine ganz Ich weiß nicht Eine Frage Die eigentlich für dich auch gut ist Stimmt es Dass du dich etwa mal Vor zwei Jahren In einem Stream gezeigt hast Leute Ich hab mich noch nie Im Internet gezeigt Wirklich noch nie Ich hatte damals Auf Facebook Vor YouTube Ich hatte nie Irgendwo Irgendwas Im Internet Ein Bild von mir Weil damals Wut gesagt Hey ihr seid ja vorsichtig Kinder Ist richtig gefährlich Und dann hab ich Das werdet ihr geschlagen Ja richtig Von alten Männern Und deswegen hab ich es halt nie gemacht Hatte ich aber auch nie Ich hatte nie Sowas wie ein Facebook Profil Oder so Wo jetzt irgendwas öffentlich war Irgendwas wie Schüler Ich hab sowas schon immer gehasst Naja ich hatte Ein Profi Aber glaube ich auch nicht Komplett öffentlich Nur für Freunde Aber da war dann auch kein Bild Da war kein einziges Bild Achso Weißt du ja Das kommt wahrscheinlich Weil viele denken Dass wir uns bei Simon Streamer gezeigt hätten Ne ne Das denken sie bei dir Nicht bei mir Oder so Sorry Wie kann man denn sowas denken Leute Als ob ich wirklich In den Raum gehen würde Wo Wo 30 Kameras stehen Also jetzt mal Fanhab davon Dass ich mich Mit keinem YouTuber treffe Davon mal ganz abgesehen Aber Ach ja Ich frag jeden Tag Leute Jeden Tag Manu Du hast doch gerade Überantwortet Dass du in mich verliebt bist Ja eben Ich frag ganze Zeit Nach dem Date Ich hab's doch gekackt Immer so viele Punkte Wie eben Wie hab ich das denn Hä Ich hab ein besseres Schwert als eben Jetzt hab ich Schärfe 4 Rückstoß 2 So Modado Ja die Runterschubs Map Komm nach oben Komm nach oben Werde ich am Ende Wieder runtergeschubst Hinter dir Ne Oh nein Ne 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 ich bin hinter dir Wenn du umdrehst bin ich bei dir Achso Okay Aber wir können weiter im Kreis rennen Dann treffen Arnie Dann mach ich Ah ok Dann kreise ich Oh Ich hab ein Hä Willst du mich retten Hallo Oh Gott Du bist gar nicht bei mir Da ist noch einer Scheiße Da hat ein Fuchs Ist grad mein Opfer abgestaubt Oh nein Oh nein Oh nein ich seh's Oh danke Ich hab neue Items Oh Mann Warte Oh Gott Hilfe ich werd richtig genudelt Ja das sind die Angeln Ok nice Goldapfel Oh ich bin tot Letztes Leben Ich kann dir was geben Oh da bist du ich seh dich Ja komm mit den Jäger geben Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben Ich auch nicht Warte Da brauchst du das Brauchst du irgendwas Was ist das Ja für zwei Ne Brauchst du Essen Ich hab Schnappmus 3 Ne ich hab alles Da kommen sie Oh sie kommen Hast du einen Bogen oder so Ja Oh lol Nice Oh der hat einen Oh Gott der hat einen verzauerten Bogen Manu ich brauch hier hinten Ja Ich schieß den einmal ab Der zu dir kommt Aber ich bin hier grad im Todeskanal Das ist grad mein Problem Ja Warte ich komme Manu ich brauche Deines Tod Deines Hä ich rette dich Ne ne Ich übernehme die weg Okay Oh nice Okay okay Da hinten ist der andere noch Mit dem Ja ich hab den einmal angeschossen Ja Er dürfte nicht viel Leben haben Er will mich Er will mich Ja ich komm von der anderen Seite Ja ich hab Pfeile für dich Hier nimm mal sie Ich hab acht Pfeile Ich komm grad von hinten Ich komm grad von hinten Er rennt hoch Er rennt hoch Wo hast du ihn gebrochen? Hier ich leg sie unten hin Oh Gott ne Das dürfen wir nicht machen Das dürfen wir nicht machen Der Punch drauf Manu Manu der Punch drauf Ich bin tot Hier bin ich nicht Lol Er rennt mir hinterher Er rennt mir hinterher Er will mich Hä warum hab ich die Pfeile nicht? Er will mich Junge du musst den jetzt kriegen Ja ich bin hinter dir Ich bin tot Oh mein Gott Oh Gott der kriegt mich auch Ne 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 doch der kriegt mich Du hast die Pfeile wieder aufgesammelt Hab ich? Ja Es ist vorbei Manu Es ist vorbei Wies den ab Du hast auch Pfeile Ne ich hab keine Ich hab einen Pfeil Aber das bringt nichts Einfach da im Kreis laufen Wie viel AP hast du? Drei Herzen Ich wette er hat weniger Ah ne der reckt ja jetzt durch mich Renner um Renner um Renner um Spring Spring Ich kann nicht auf der Treppe springen Oh Gott Lol er hat dir geholfen Schub sie runter Oh nein Oh verdammt Oh wie Boden Das war knapp Hey Manu das erste mal dass ich mit dir verloren hab Ja Ja Das ist echt Was ist da los? Was ist das? Ich glaub ich glaub was Hä? Was denn? Haben wir grad ein Waren da Connections Probleme? Feinbar Zum Mail hab ich bekommen Guck Oh Gott Zum Mail Ich hab grad mit Manu verloren Er ist weg Ah dann geh ich direkt Ihr geht jetzt auch Tschüss Schaut bei Manu vorbei Redet sie mir gar nicht Moin Ne Tschüss So